Und somit kommen wir zur letzten Starterin bei unserem ersten Science Slam. Ganz oft hier durchatmen müssen, jetzt hast du es gleich hinter dir, aber jetzt hast du es erstmal vor dir und wir holen auch sie noch mit einem großen Applaus auf die Bühne. Letzter Beitrag kommt von Amalia. Wieso fangen wir nicht erstmal mit einer kleinen Geschichte an? Es war einmal ein kleiner Junge namens Tom. Tom ist ein fröhlicher, energetischer Junge, acht Jahre alt, coole Frisur, coole Kleidung und geht morgen in die Schule. Sein erster Schultag auf der neuen Schule nach dem Umzug in eine neue Stadt. Ich bin aber so nervös, denkt er sich, weil eine neue Umgebung und ganz neue Menschen, das ist schon ziemlich gruselig. Er geht in die Schule und setzt sich. Neben ihm ist ein unsichtbarer Freund Kuku. Der immer für ihn da ist, wenn er ihn braucht. Du schaffst es schon, sagt er. Tom lächelt und bedankt sich. Dankeschön. Tom ist froh, dass sein Freund Kuku heute dabei ist, weil er eigentlich schon ziemlich nervös war in seiner neuen Schule mit neuen Mitschülern und alles. Die Lehrerin guckt aber ein wenig verdutzt, als sie sieht, wie Tom scheinbar ins Leere redet. Aber sie erinnert sich an ihre Kindheit und daran, wie sie damals auch einen unsichtbaren Freund hatte und hat die Sache auch gar nicht weiter hinterfragt. Tom konnte sich mithilfe von Kuku also leichter in das neue Schulleben einfinden und schafft auch all seine Tests erfolgreich. Eigentlich eine schöne Geschichte, oder? Kuku als unsichtbarer Freund und Helfer, der immer für einen da ist. Aber was wäre, wenn Kuku eigentlich nicht nett ist? Was, wenn Kuku immer da ist, auch wenn Tom es gar nicht will und ihm statt ermutigende Worte ganz böse Worte einredet? Und was, wenn Kuku eigentlich kein unsichtbarer Freund ist, sondern ein unsichtbares Monster? Und was, wenn Tom jedes Mal Angst hat, wenn Kuku da ist? Und jedes Mal, wenn er nicht da ist, hat er Angst, dass er jeden Moment zurückkommen könnte. Tom hatte deshalb Schwierigkeiten einzuschlafen und seine Tests konnte er dann auch nicht ganz so erfolgreich meistern, weil er sich auch in der Schule gar nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Und als Tom seine Lehrerin darüber erzählte, dass Kuku ihm Angst macht, dachte sie sich nicht viel dabei und nahm ihn gar nicht ernst. Denn jeder hatte doch mal einen unsichtbaren Freund, oder? Und was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass viele sowas wie Kuku hören und sehen, die unter einer Psychosekrankheit leiden. Viele, die auch viel älter als acht Jahre alt sind und dementsprechend als noch viel verrückter erklärt werden, wenn sie jemandem sagen, dass sie Dinge hören und sehen, die eigentlich gar nicht da sind. Aber was ist das eigentlich, eine Psychose? Und sind Menschen, die psychosekrank sind, wirklich verrückt? Also fangen wir erstmal damit an, was Psychosen überhaupt sind. Psychose ist ein Überbegriff für psychische Erkrankungen, bei denen die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Und dabei kann das Denken, die Gefühle, die Wahrnehmung, also sehen, hören, schmecken, riechen, aber auch das Empfinden zum eigenen Körper und der Kontakt zu anderen Menschen verändert sein. Betroffene neigen also dazu, Wahnvorstellungen zu haben und Halluzinationen zu haben. Und klar, ich könnte mein ganzes Leben darüber reden, was die Symptome einer Psychose sind und was es für Unterkategorien gibt und so bla bla bla. Aber vielmehr ist es mir wichtig, klarzumachen, dass psychosekranke Menschen eigentlich gar nicht verrückt sind. Und außerdem sagte man mir, dass man in einem Science-Slam ein bisschen wissenschaftlich sein sollte, weshalb ich euch gerne erklären möchte, wie genetische und auch umweltbedingte Vulnerabilitätsfaktoren und auch ein allgemeines chemisches Ungleichgewicht im Gehirn bei einer Psychose eine Rolle spielen. Ich war auch psychosekrank und mir fiel es anfangs schwierig, damit umzugehen, weil ich dachte, irgendwas wäre falsch mit mir als Person. Aber als ich mich dann mehr mit dem Krankheitsbild beschäftigt habe, konnte ich mich mehr von der Krankheit distanzieren. Und ich konnte sagen, dass ich zwar psychotische Episoden habe, aber ich habe die Psychose nicht zu mir als Person gemacht. Es ist zwar nach wie vor unklar, wieso genau Menschen Psychosen bekommen, aber über die Jahre gab es ganz, ganz viele Theorien darüber, was Psychosen verursachen, von denen manche schon abgelehnt wurden, weil sie sich schon als falsch herausgestellt haben. Es wurde aber immer deutlicher, dass viele der gängigen Theorien, wie die Theorie des chemischen Ungleichgewichts oder die Stress- und Vulnerabilitätstheorie alle ähnliche Schlussfolgerungen ziehen. Die Mehrheit der Forscher ist sich heute einig, dass die meisten Fälle von Psychosen durch eine Kombination aus vererbten genetischen Faktoren und externen Umweltfaktoren verursacht werden. Und um genetische Vulnerabilitätsfaktoren besser verstehen zu können, sollten wir uns erstmal die DNA, Chromosomen und Gene anschauen. Ja, habe ich schön gemalt, oder? Ja, unsere DNA enthält Gene, die unserem Körper Anleitung geben, wie Proteine gebaut werden sollen. Und Proteine sind wiederum die Bausteine all unserer verschiedenen Zellen in unserem Körper, inklusive Neurotransmittern, Rezeptoren und Transportern. Wenn es dann aber einen Fehler in einem Gen gibt, heißt das Ganze dann eine Mutation. Und Mutationen sind eigentlich ganz normal und jeder von uns hat einige davon. Mutierte Gene können aber Proteine produzieren, die dann am Ende nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und wenn eine Mutation in einem Gen vorkommt, das Anleitung für ein Protein im Gehirn hat, kann das dann zu einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn führen, was dann wiederum ein Faktor für die Entwicklung einer Psychose ist. Schauen wir uns jetzt mal die umweltbedingten Vulnerabilitätsfaktoren an. Es gibt viele verschiedene Umweltfaktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass jemand eine Psychose entwickelt. Zum Beispiel, wenn man in den Wintermonaten geboren wird oder wenn man in einer Großstadt aufwächst. Aber auch Immigration oder stressige Situationen und auch Drogenkonsum zum Beispiel sind einige Faktoren. Es ist aber wichtig zu sagen, dass Leute mit Psychosen nicht alle diese Vulnerabilitätsfaktoren haben müssen. Denn auch wenn zwei Personen mit derselben Art von Psychose diagnostiziert wurden, in dem Fall jetzt zum Beispiel Schizophrenie, können sie trotzdem verschiedene Symptome haben. Denn keine Psychose ist wie die andere. Und dies wird dann als Heterogenität bezeichnet. Und das kann daher kommen, dass verschiedene Menschen verschiedene genetische und verschiedene umweltbedingte Vulnerabilitätsfaktoren haben, die dann letztendlich dieselbe Krankheit am Ende verursachen. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir haben jetzt ein Beispiel. Das ist eine Person mit einer mäßigen Menge genetischer Vulnerabilität und einer mäßigen Menge umweltbedingter Vulnerabilität. Ich habe jetzt dafür diese roten Punkte gezeichnet. Das sind dann die genetischen Faktoren. Und dann habe ich noch diese Sternchen gezeichnet. Das sind dann die umweltbedingten Faktoren. Und am Anfang kann man sehen, dass da so sechs Pünktchen da sind. Und hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass die genetischen Faktoren nicht veränderbar sind. Also es bleibt immer sechs Punkte. Und nach der Zeit füllt sich das Glas aber immer mehr mit den umweltbedingten Faktoren, sodass das Glas dann am Ende voll ist. Und das stellt dann die Psychose dar. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Hier haben wir eine Person, die nur wenig genetische Vulnerabilität hat, aber ganz, ganz viel umweltbedingte Vulnerabilität. Das heißt, am Anfang sind nur drei rote Punkte da und dementsprechend benötigt diese Person viel mehr Sterne, damit am Ende dann die Psychose entsteht. Im dritten Beispiel haben wir eine Person mit einer großen Menge genetischer Vulnerabilität und einer kleinen Menge umweltbedingter Vulnerabilität. Und hier kann man auch sehen, dass eine Person, die bereits eine große Menge genetischer Vulnerabilität hat, viel empfindlicher auf seine Umwelt reagiert als jetzt jemand, wie im Beispiel davor. Natürlich können wir auch nicht ausschließen, dass eine sehr kleine Menge von Psychosen nur durch genetische Faktoren entsteht. Und genauso wenig können wir ausschließen, dass eine Psychose durch nur umweltbedingte Vulnerabilität entsteht. Wir können zwar die Menge an genetischer Vulnerabilität nicht ändern, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, aber wir können etwas tun, um unsere umweltbedingten Faktoren zu ändern, indem wir zum Beispiel Stress reduzieren und oder Drogenkonsum stoppen. Es gibt aber auch Schutzfaktoren, die es weniger wahrscheinlich machen, dass dann am Ende jemand eine Psychose entwickelt und so etwas wie einen Deckel auf das Glas stellt. Und einige Beispiele dafür sind Medikamente, also Antipsychotika, aber auch effektive Stressbewältigungsstrategien, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßiger Sport. Menschen mit Psychosen sind also weit davon entfernt, verrückt zu sein. Es hat viel mehr was mit der Chemie in unserem Kopf zu tun und auch einfach wie wir geboren wurden oder wie wir aufgewachsen sind zum Beispiel. Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Anschließend möchte ich noch sagen, dass Psychosen in vielen Fällen zwar nicht heilbar sind, aber sie sind durchaus behandelbar. Und wenn du dich in dieser Geschichte wiederfinden konntest mit dem bösen Kuckuck, dann würde ich ganz, ganz dringend einen Arztbesuch empfehlen. Aber ich weiß selber, dass so ein Arztbesuch ganz schön gruselig sein kann. Alternativ kann ich vorschlagen, es gibt ein Angebot des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg, denke ich, für psychologische Beratung. Das ist zwar kein Ersatz für jetzt eine richtige Psychotherapie, sagen wir mal so, aber ich denke, das ist eine gute Überbrückung, weil man da auch viel einfacher einen Termin bekommen kann als jetzt bei einem Psychiater oder bei einem Therapeuten oder so. Ich habe hier auch ein paar Links eingefügt. Also das erste ist für die TH. Das ist für alle Studenten an der TH, aber auch für alle Mitarbeitenden. Und unten ist dann ein allgemeinerer Link. Das ist auch für Studenten aus Eichstätt zum Beispiel. Genau. Ich hoffe, die Forschung entwickelt sich weiterhin so gut und dass die Behandlung von Psychosen dann in Zukunft besser und einfacher wird. Und vielleicht wird es dann in Zukunft weniger böse Kuckus geben. Passt auf euch auf und passt auf euch gegenseitig auf. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus